Das Bundeskriminalamt hat Probleme, offene Stellen zu besetzen. Laut Spiegel scheitern viele Bewerber am Deutschtest, trotz Abiturs. Der Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten, Schulz, sagte, bei der Polizei seien die Anforderungen bereits gesenkt worden, etwa beim Sporttest. Geschehe das nun auch beim Deutschtest, müsse man sich fragen, was mit dem Bildungssystem nicht in Ordnung sei. Das Bundesinnenministerium will die Tests dem Bericht zufolge überarbeiten.